Ja Leute, was geht ab? Euer am Start und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, Leute. Ihr seid schon im Titel, wir werden im heutigen Video mal was richtig krass probieren. Unser Freunde, wir werden heute im Video probieren, einem AFK-Spieler. Also jemand, der eigentlich gar nicht da ist, der hat die Runde gestartet und ist dann, keine Ahnung, seiner Mutter helfen gegangen oder so. Dieser Person einen Win zu schenken. Jeder von euch weiß ja, momentan gibt es in Fortnite diese Ufos. Mit den Ufos kannst du ja quasi auch Gegner anziehen und rumtragen und keine Ahnung was. Und im heutigen Video werden wir es so machen, dass ich der Ufo-Fahrer bin. Ja, 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 ja. Und Nico, Leute, der heute auch am Start ist, wird halt eher so ein bisschen fighten, die Gegner wegmetzeln, weil jeder weiß, Nico zerstört alles. Und wir werden dann halt von Zone zu Zone immer diese AFK-Person nehmen und wieder mit weiterfliegen. Und ganz am Ende werden wir uns selber umbringen, sodass der AFK-Spieler einen Win bekommt, Leute. Ob das funktioniert oder nicht, ich habe überhaupt keine Ahnung. Es kann halt auch jederzeit passieren, dass einfach diese AFK-Person wiederkommt und dann können wir von vorne anfangen. Deswegen, keine Ahnung, Leute, wir versuchen es einfach. Lasst Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal, würde mich sehr, sehr freuen. Ich sehe schon, komm, diese Aufnahme wird Minimum 5 Stunden dauern. Wir starten rein und let's go. Okay, Freunde, wir sind jetzt in der Runde und ich würde sagen, wir bleiben nicht nach oben rum. Ich gehe jetzt zu Corny-Komplex und du gehst wieder bis zum Ende. Das Ding ist, wir probieren es gerade das dritte Mal. In jeder Runde, die wir gerade ausprobiert haben, gab es einfach keinen, der AFK war. Jeder hat normal gespielt, als ob nicht irgendjemand gerade von seiner Mutter genervt wird und auf einmal weg muss. Hey, ja, kann doch nicht sein. Leute, der Plan ist, ich lande jetzt hier unten in dieser Scheune, da ist ja das UFO drin. Und damit fliegen wir dann rüber, in der Hoffnung, irgendwer ist AFK und den können wir dann snacken. Bist du schon am Ende? Niemand, 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 niemand. Digger, wie? Nächste Runde, Leute, ich spring raus. Nico, sag einfach Bescheid, falls jemand AFK ist. Es wird mich freuen, Digger. Ich würde es auch wirklich freuen jetzt mittlerweile. Ja, zwei Leute, zwei Leute. Zwei Leute? Ja. Okay, aber drei Leute, komm mit mir. Ja, flieg mit dir mit. Drei Leute, komm mit mir. Einer hat Disconnect, es ist nur noch eine AFK. Okay, 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 egal. Wir brauchen nur einen. Ja, ja. Einer ist direkt, einer fliegt direkt neben mir. Okay, chill, chill, chill. Wenn er sich anfängt zu bewegen, wäre kacke. Oh, das ist ein Killer bei mir. Blauer AK, wenn ich die bekomme plus UFO. Komm, bau weg den Scheiß. Und? Na, wohin? Und yalla! Ja! Ich habe das UFO. Ja, ich warte bei ihm hier gerade. Also ich fliege bitte runter, damit ich sehe, bis wann er AFK ist. Okay, okay, ey, ich kann probieren, den in der Luft schon zu snacken. Ja, ja, ich bin, also wenn du auf mich drauf fliegst, er ist genau neben mir, über mir. Okay, 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 ich probiere es. Oh mein Gott! Wenn der jetzt disconnectet, ich heule. Ne, der eine ist disconnectet, aber er fliegt auf jeden Fall mit mir runter. Okay, okay, okay. Sollen wir überhaupt in den Kampf ziehen gleich? Oder sollen wir einfach nur rumfliegen, bis es so kleiner wird? Wir können auch rumfliegen. Ne, ich würde sagen, lass uns das so machen. Wir landen irgendwo, oder wir gehen irgendwo ganz abgelegen hin und equipen uns ein bisschen. Holen Diamets, mir auch. Aber bei dir ist es ein bisschen wichtiger, weil ich bin schlecht. So, dass wir halt im Endeffekt noch fighten können, weißt du? Oh, ich bin ausgestiegen. Na, oh, oh. Oh, es geht. Alter. Oh, Ehre, Digger. Ich gehe mir in Waffen holen. Ja. Oh, Bruder. Moin. Okay, snack ihn mir. Ja, hab ihn. Ja, es geht. Okay, komm, wir platzieren den Bremer kurz hier. Was geht ab, Bro? Oh mein Gott. Leute, es klappt einfach. Hast du schon eine Waffe? Ne, macht gar nichts. Ich glaube, da hinten liegt eine. Ich snack mir die mal eben. Als ob wir jetzt einen gefunden haben. Leute, ich hatte Realtalk schon Schiss, dass wir das Video nicht machen können. Weil einfach niemand auf Cover. Einmal abschneiden, bitte. Jungs. Wir kehren müssen die Stimme einfach. Okay, let's go. Ja, komm mal mit. Wir fliegen mal irgendwo hin, wo wir ein bisschen looten können, oder? Hier oben oder nicht bei dem Haus. Ja, okay. Ich fliege schon mal hin, gucken. Oh, hier ist so eine Team-Chest. Oh, da können wir gute Sachen bekommen. Oh, Bruder. Hier, gönnen wir, gönnen wir. Ich sehe einen Gegner, ich sehe einen Gegner. Der läuft komplett alleine rum. Sollen wir uns den holen? Äh, ja, muss ich sagen. Ich hole den Bray. Er ist im Bus, im Bus, im Bus. Da, ich sehe ihn vor dem Bus. Ja, jetzt vor mir. Vorsicht, hinter dir Löwe. Äh, Löwe. Löwe. Avi. Auto, 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 wo uns zwei Leute. No. Oh mein Gott. Ich muss den Bray holen. Hol den Bray. Ich fliege weg. Ich fliege weg. Das EU-Bus kaputt. Nein. Er fällt runter. Oh, er hat überlebt. Oh mein Gott. Ich dachte, er stirbt. Wir schießen einfach nur unseren Kollegen. Ich mache es schon. Oh mein Gott. Sie schießen den ab. Sie schießen den ab. Nein. Ich sag dafür, dass die nichts mehr machen. Warte. Beide los. Beide los. Okay. Ich hau jetzt ab. Ich hau jetzt ab. Ich hau jetzt ab. Ich hau jetzt ab. Ich hau. Ich hau. Ich hau. Soll ich runterschießen? Ich kann auch währenddessen noch den abknallen. Ja, wenn du mein Medi-Kid ist, darf ich abknallen? Oh, ich habe ihn losgelassen. Nein. Nein. Ich bin runtergefallen. Er lebt noch. Er ist im Ufo. Ey, wir müssen. Ich glaube, wir müssen die abhauen. Ich habe halt nur scheiß Waffen. Lag da noch irgendwas? Äh, ja, kann sein. Ich habe nicht darauf geachtet wegen Zone. Okay. Was labert denn die ganze Zeit? Ich habe ja eigentlich ein Telefon angenommen. Jetzt labert die das. Warte, ey, uns haben wir da angegriffen. Hallo? Oh mein Gott. Ey, real talk. Der Typ hat wahrscheinlich nur noch so zwei, drei HP. Hat der wirklich, oder? Er hat eben Todesfalsche ankassiert. Wirklich Todesfalsche ankassiert. Okay, das heißt, du müsstest jetzt Obacht geben auf ihn. Ja, am besten verstecken wir uns irgendwo, oder? Ja, will ich auch sagen. Nein, nein, unser Mate. Er lebt. Er lebt. Wie lebt denn? Ey, Vorsicht, der macht mit seinem scheiß Laser. Bau ihn ein, bau ihn ein, bau ihn bitte ein. Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Wie lebt der denn noch, der Mann? Wir müssen den Typen killen. Jetzt ist hier wieder Buggy, Alter. Ja, der kommt, der ist uns sonst. Wir müssen den holen. Na, kein Spiel ist halt ein bisschen Kacke, aber ich schau mal best. Keiner, er ist unten ganz offen. Ey, hätte ich jetzt noch Elm. Er läuft ganz offen, er baut nicht mal. Oh, oh. Ab ihn. Oh, nice. Weil durch diesen scheiß, äh, Dingens, sieht er jetzt auch den anderen. Warte, warte, warte. Jetzt erstmal gucken, ob der Bray. Der Bray lebt noch. Oh, shit. Guck mal hier. Oh, schnell. Wir müssen den ausbauen, damit ich den wieder hochheben kann. Na. Was sagt man denn dazu? Was sagt man denn dazu? Junge, wie kann das passieren, Mann? Ey, ich schwöre, ich bin so dumm, ne? Ich bin so dumm. Ja, sorry. Das ist Ninja und sein Bruder. Ich bin so dumm, ne? Ja. Keine Mets mehr, ich habe gerade alle verbaut. Das ist er dann, auf UV auch wieder. Der will dich holen, der will dich holen. Oh, shit. Alles egal, was, wenn du dich nochmal abschliffst, ey. Ey. Es repariert sich nur von selber. So, ohnehin. Alter, what? Hast du gerochen, dass der da runter springt, oder was? Ja. Der wäre es gewesen. Gegner haben ihn eingegriffen. Der ist fünfmal an Fallschadenfass gestorben. Wolf hat ihn angegriffen. Zone hat ihn fast gekillt. Dann killst du ihn nicht schon. Warum jetzt noch mit Salz in die Wunde? Warum? Wo ist der Sinn davon, Digga? Ich wollte nur die Fakten einfach nochmal auflisten. Egal, komm. Nächste Runde. Bist du schon hinten angekommen? Ne, ne? Ne, noch nicht. Keiner. Cool. Und ab dafür, Digga. Du musst echt drauf achten, dass der nicht an Fallschaden oder so stirbt. Oder nicht, dass du den noch killst. Ja, ja. Nicht, dass sowas passiert ist. Das wäre ja wirklich... Das wäre übel dumm. Alter. Wir haben einen Abfahrtspieler, by the way. Ja! Okay, ich komme direkt. Ich habe das UFO. Ja, dass einer unter mir ist. Also, der hat auch eine Waffe, glaube ich. Also, einer ist unter mir gelandet. Der ist straight up runtergeflogen. Okay, dann, äh... Denk nach. Denk nach! Probier, eine Waffe zu holen. Wenn der Typ eh afkar ist, dann wird er ja unten landen. Du weißt ja, wo ungefähr, oder? Ja, ich weiß nicht ungefähr. Okay, okay. Ich komme, ich komme, ich komme. Ja, hier sind überall Leute unten. Fuck. Bist der Typ unten, das dauert eh noch, oder? Ja, dauert ein bisschen. Er ist nicht mehr afkar. Er ist nicht mehr afkar. Na, egal. Jetzt ist es auch egal. Okay, Mann. Und neu. Zwei afkar, Leute. Er ist raus aus der Lobby. Disconnected. Äh, niemand tatsächlich. Entschuldig. Oh, Mr. Superman. Sie sind afkar. Ist er in afkar? Ja. Oh, let's go. Okay, Freunde, ihr seht schon. Ähm, ich bin jetzt nicht mal mit Nico im Team. Weil Nico musste leider los. Stattdessen haben wir jetzt einen echten Pro-Game am Start. Äh, okay, was geht's? Äh, 5.000 earnings. Okay, okay, okay. Ich habe, äh, Ufo schon geholt. Auf Realtag, Leute. Ich habe es mit Nico sogar noch probiert. Ich glaube, noch über 10 Runden haben wir probiert. Mit, äh, Mirkan haben wir gerade auch schon ein paar mehr Runden probiert. Es kam die ganze Zeit niemand, der afkar war. Aber jetzt haben wir wieder einen. Endlich. Kannst du runter? Kannst du unten schon mal irgendwo Waffen looten? Äh, hier ist... Ja, hier ist eine Station. Und es ist keiner weit und breit, ne? Also... Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Okay, Leute, wir sind da. Ich seh ihn. Ich seh ihn. Ist er noch afkar? Ja, er ist noch afkar. Oh, mein Gott. Bitte, Digga. Okay, warte, ich hole mir den. Ja, ich kann ihn auch anvisieren. Ich habe ihn erst nicht geliebt. Und... Yalla, Digga. Oh, ho, 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 ho. Okay, ich komme zu dir. Wir looten erst mal ein bisschen. Ja, hier ist gar kein Loot. Also, hä? Ja, aber egal. Wir brauchen ein bisschen was. Okay, ich lasse ihn los. Das lasse ich auch los. Er ist da. Nein. Oh, mein Gott, nein. Och, Digga. Es ist eine afkar, Mann. Es ist afkar? Ja. Aber das Problem ist, in den letzten Runden waren auch die ganze Zeit eine afkar. Ich komme zu dir. Ist er immer noch afkar? Ja, ich versuche mit denen zu kommunizieren. Digga, wenn ich jetzt wieder den kompletten Weg fliege und am Ende ist er doch nicht afkar. Let's go. Komm erst mal in die Zone. Steig ein, steig ein. Hier, steig ein. Boah, Digga. Okay, gib ihn. Bist du drauf? Ja, 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 ja. Okay, Yalla. Wir gehen erst mal aufgediegen in die Zone. Ja, warte, wollen wir den immer einbauen? Ja, nee, das Ding ist, du musst überwiegend fighten und ich bin der UFO-Flieger. Ich habe nur eine Schottgang, wir müssen Waffen holen. Irgendwo hier, so an abgelegene Orte. Und da holst du dir gerade ein paar Waffen, ein paar Mets. Mets sind ganz wichtig für Bau-Fights und so. Ah, ah! Ach so, hä, der wurde losgelassen. Kann sein, dass es ab und zu ein bisschen sich loslässt. Hier, okay, loote, loote, loote. Ja, ja, ja. Ich lasse den Bre hier raus. Wir brauchen Mets, wir brauchen Waffen, wir brauchen alles. Okay, der Boy ist noch da. Zack, zack. Okay, der Typ ist safe. Let's go, weiter. Sollen wir hinten die machen gerade? Komm, let's go, lass hier holen. Da oben ist ein UFO, ich sehe es, aber ist noch weit weg. Es sieht uns nicht. Hab. Okay, ist dann. Kommt schon. Digga, eben mit Nico. Ach, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich habe eben mit Nico so krasse Sachen bekommen. Warte hier, können wir einen davon und ich baller dir jetzt noch ein Biggie. Komm, wir gehen gucken, ganz schnell. Ist unser Typ noch da? Ja. Oh, der ist immer noch auf. Was? Oh, oh, baby. Was ist das denn? Digga. Wir brauchen Mets. Lass noch ein paar Mets sammeln. Zone ist kein Problem. Ich habe schon seit sieben Monaten. Ja, ich aber nicht. Zone ist gar kein Problem. Guck mal, wem noch. Gegner. Cheap break, einer Dom. Finde ich dein scheiß, mate. Down. 46er, Digga, der ist miese, One-Shop. Schön. Hier, 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 hier. Boah, Kuss. Oder du weißt doch. Das war Supporter. Ich sehe noch einen. Oh mein Gott, da kommt noch ein Gegner. Von der anderen, äh, anderen, äh, äh, andere Seeseite. Genau hinter mir. Aber Ufo auch, Ufo auch. Oh mein Gott. Ey, den Mate, schnell. Den Mate. Bau den Mate ab. Bau den Mate ab. Alles da wegbauen. Ich gehe zu Ufo und snack mit dem Dreck. Oh mein Gott. Jetzt verkackt, glaube ich. Er ist nicht mehr da. Halt zum Maul. Glaube ich ja. Was? Oh man. Er hat Ufo genommen und ist abgehauen. Oh mein Gott, ey. Oh mein Gott. Digga, wie kann es sein? Wie kann es sein? Leute. Wir kämpfen einfach für diesen Typen. Wir haben uns geopfert. Wir gehen in den Kampf. Wir kommen wieder. Er ist weg. Er hat unser Ufo geklaut und ist einfach abgehauen. Sein AFK, Digga. Ist ein AFK? Ja, ja, ja. Oh, let's go, Digga. Ey, hoffentlich macht der diese Mal nicht diesen 31er. Okay? Ich komme direkt zu dir. So, bitte. Freunde, ich sage es euch ehrlich. Wenn das jetzt nicht funktioniert, das ist die letzte Runde. Auf Ansage. Es ist die letzte Runde. Ich habe jetzt seit vier Stunden nichts anderes mehr gemacht. Außer gehofft, dass irgendjemand AFK ist, Mann. Ich muss auch noch leben. Ich habe Hunger und ich habe auch noch eine Familie, Mann. Also, wenn das jetzt keinen gibt, dann ist die Challenge leider gescheitert. Aber ich kriege es halt nicht hin. Er ist da. Ist er wieder da? Ja, das hat er vergessen. Oh, scheiße, meine Dose ist ausgelaufen. Auf mein Handy drauf. Nein. Digga, Mann. Die Challenge.